Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen hier in Schnellroda zur Akademie Thema Russland. Und mein Thema werden sein die deutsch-russischen Beziehungen, die, wie wir hier an dem Eingangsbild sehen können, immer ein zwiespältiges Verhältnis waren. Wir sehen hier zwei Männer ihrer älteren, mittleren, älteren Alter sich innig küssen und es handelt sich dabei um den sowjetischen Staatschef und Parteivorsitzenden Brezhnev und den in derselben Funktion in der DDR herrschenden Erich Honecker. Dieses Bild ist 1979 aufgenommen worden und ist dann 1990 nach dem Mauerfall in Berlin auf die Mauer gemalt worden und es zeigt den Zwiespalt ja insofern, als dieser innige Bruderkuss, so heißt das Bild ja auch, doch etwas darüber hinwegtäuscht, dass hier ein ganz klares Abhängigkeitsverhältnis vorliegt, dass also der Mann mit der Brille, Honecker, ohne den ohne Brille im Grunde nicht zwei Tage hätte überleben können und er sich hier also auf einem Gebiet befand, was von den Sowjets besetzt war. Und diese Phase, die durch dieses Bild symbolisiert wird, die ist noch gar nicht so lange her, das betrifft die Nachkriegszeit nach 1945 bis eben 1989, 90, als die Mauer fiel und wir haben gestern Abend schon in der Kneipe gemerkt, als unsere russischen Gäste hierher kamen, dass viele, die hier in Mitteldeutschland leben, durchaus noch Erinnerungen an die Zeit haben, weil es damals einen Pflichtunterricht russisch gab, also jeder DDR-Bürger, spätere, ist also spätestens ab der fünften Klasse mit russischunterricht konfrontiert worden. Bei einigen sind da so drei, vier Phrasen hängen geblieben, viel mehr nicht und ich habe diesen Unterricht, glaube ich, insgesamt elf Jahre genossen, also auch nach der Wende noch. Und ich muss leider gestehen, dass ich weder, also ich erkenne die kyrillischen Buchstaben, ja, aber ich kann weder mich auf russisch verständigen, noch Texte lesen, was damit zu tun hat, dass diese Art der Wissensvermittlung immer oberflächlich geblieben ist. Also diese Liebe zum Brudervolk ist also auch über diese permanente Konfrontation mit der Sprache nicht hergestellt worden. Das hat natürlich seinen Grund zum einen darin, dass das Russische aufoktroyiert war, gezwungen war. Das hat aber auch damit zu tun, dass dieser Unterricht rein funktional war. Also es war, es musste sein, um dem großen Bruder zu gefallen, ihr müsst alle russisch können. Wie ihr das könnt, war im Grunde egal. Ich kenne viele Leute, die sagten, als sie zum ersten Mal mit Russen konfrontiert wurden, dass die kein einziges Wort verstanden haben von dem, was sie mit ihrem Schulrussisch da gesagt haben. Der zweite Punkt ist, dass uns selbst in der DDR die große russische Literatur, die es zwar in allen möglichen Übersetzungen gab, aber dass diese Literatur, kein Dostoevsky, kein Tolstoi, kein Pushkin, dass diese Sachen alle im russischen Unterricht überhaupt keine Rolle spielten. Dass dort also meiner Erinnerung nach irgendwelche kommunistischen Dichter wie Arkady Gaidar und solche Dinge gelesen wurden, was natürlich auch die Liebe zur russischen Sprache nicht gefördert hat. Und schließlich zu allem, zu dem man gezwungen wird, hat man ein zwiespältiges Verhältnis. Insbesondere dann, wenn also die russischen oder sowjetischen Besatzungssoldaten immer noch im Lande sind. Und auch hier ein merkwürdiges Verhältnis. Es gab grundsätzlich kaum Berührungspunkte. Die lebten in ihren Kasernen für sich und haben nach außen hin also kaum aktive Kontakte pflegen dürfen zu deutschen Bevölkerungen. Und es wurde auch von Seiten der deutschen Bevölkerung kaum gewünscht. Also es war eine öffentliche, eine offizielle, eine äußerliche Beziehung. Wir sind mit diesem kleinen Rückblick auf die vorletzte Phase der deutsch-russischen Beziehung, nämlich die DDR-Zeit, schon ein bisschen in die Geschichte gegangen. Und ich will Ihnen jetzt versuchen, in dem Vortrag zum einen so ein paar Grundzüge russischer Geschichte voranzustellen, weil wir das jetzt in einem anderen Vortrag nicht drin haben, um dann auf so ein paar Schlaglichter zu kommen, die mit den deutsch-russischen Beziehungen zu tun haben, von denen eben die DDR nur eines ist. Wir wissen alle, glaube ich, aus den letzten zwei Jahren, wie wichtig für die Russen, speziell für Putin, die Geschichte, das Geschichtsbild und auch die geschichtliche Herleitung von aktuellen politischen Forderungen, wie wichtig die gegenwärtig für Russland ist. Also Putin hat ja mehrfach, ob er nun selbst oder wer anders, für ihn zur Feder gegriffen und hat eben im Hinblick auf die russisch-ukrainischen Beziehungen versucht, historisch herzuleiten, warum die Ukraine keinesfalls ein eigenständiger Staat sein kann, noch nicht mal ein eigenes Volk. Und in dieser Art und Weise war ja auch das letzte Interview, hier, was mit Taka Karlsson aufgezeichnet wurde, war ja im Grunde auch die erste halbe Stunde im Grunde nur dem der historischen Herleitung der jetzigen russischen Position gewidmet. Und wenn wir uns angucken, wo kommt Russland her, dann sind wir ganz schnell im Sagenhaften im 9. Jahrhundert, als also zum ersten Mal so etwas wie das Vorläufer Russlands greifbar werden, als sich eben im Kiewer Raum, auch bis zum Weißner Südlich, zum ersten Mal so etwas wie ein Einheitsstaat herausbildete, der interessanterweise eben nicht durch Slaven begründet wurde, sondern durch Wikinger. Und diese Verbindung zwischen der slawischen Bevölkerung und einer Wikinger-Elite ist für Russland genauso konstituierend gewesen, wie das auf der anderen Seite eben auch für die Deutschen gewesen ist, ein Mischvolk zu sein mit slawischen Elementen, aber eben mit einem stark überwiegenden germanischen Element. Und so war es eben bei den Russen umgedreht, aber im Gegensatz zu den Polen, die zwischen diesen beiden Völkern liegen, eben dieser Mischcharakter. Hier entsteht dann also im 9. Jahrhundert die sogenannte Kiewer Rus, darauf ist Putin auch immer wieder zu sprechen gekommen, die sich eben auf den sagenhaften Rurik zurückbezieht, einen ersten Herrscher hier in dieser Kiewer Rus und die eben auch deswegen so heißt, weil hier das erste von zwei wichtigen Zahngeschlechtern entsteht, die Rurikiden, die Russland bis zum Ende des 16. Jahrhunderts regiert haben. Ein wesentlicher Aspekt ist noch die Taufe des heiligen Wladimir im Jahre 1988. Seitdem ist eben Russland ganz stark mit dem christlichen und später dann eben mit dem orthodoxen Glauben verbunden und ist hier eine ganz wesentliche Verbindung zwischen Religion und Herrschaft eingegangen. Nach diesen hoffnungsvollen Anfängen, die sich dann eben um das Kiewer Gebiet etwas weiter ausdehnen, kommt es dann ungefähr 300 Jahre später zum inneren Zerfall, zum erstmaligen und zum Mongolensturm im 13. Jahrhundert. Und es entstehen also jetzt für dieses relativ junge Staatengebilde zwei Herausforderungen, eben zum einen aus dem Osten die Mongolen oder die Tartaren, die diesen russischen Staat über jahrhundertelang tributpflichtig halten und zum anderen entsteht im Westen mit dem polnisch-litauischen Staat ein Konkurrent, der eben um diese ganzen Grenzgebiete, unter anderem eben die Ukraine und Galicien und so weiter kämpft. Und als nächster im Bunde der Deutsche Orden, der ja eben dann bis zum Peipussee vordringt und hier erst von Alexander Nevsky, einem der wichtigsten Zaren, Herrscher dieser Zeit, also Herrscher dieser Zeit, auf dem Peipussee geschlagen wird. Hier sind also Erfolge Richtung Westen, das bleibt für Russland ja bis heute, die Achillesferse, die Angst vor dem Sturm aus dem Westen, ob das jetzt nur Napoleon oder Hitler oder was auch immer, das hat dort seinen Ursprung und die gleichzeitige relativ klaglose Hinnahme der Unterwerfung durch die Tartaren. Mitte des 12. Jahrhunderts wird dann Moskau gegründet, was dann ungefähr 150, 140 Jahre später zum Großfürstentum erhoben wird. Und hier kommt die dritte wesentliche Gestalt oder die vierte, die ich nennen möchte, das ist Ivan IV., der sogenannte Schreckliche, wobei sich die Übersetzer, was den Beinamen der Schreckliche betrifft, da streiten. Er wird zum ersten Mal der Zar aller Russen und er erobert Teile Sibiriens und auch Teile der ehemaligen Tartarengebiete. Und dann bricht etwas an, was zwar nur kurz wert, aber für die russische Geschichte ganz zentral ist, nämlich die Zeit der Wirren, in der es keinen Zaren gibt, nämlich der letzte Rurikide war 1598 gestorben und hier ist Boris Gadunov derjenige, wie so eine Art Hausmeier durch Verheiratung mit dem Rurikiden, in dem es gelingt, also hier die Herrschaft an sich zu reißen für eine kurze Zeit, aber hier insgesamt eine Schwächung im Innern. Und dann kommen wir zu dem zweiten Geschlecht, was die Russen beherrscht, die Romanovs, die seit 1613 durchgehend bis 1917 den Zarenthron innehaben. Das, die andere Geschichte, ich will bloß noch ein paar kleine Schlaglichter nennen, um mich jetzt hier nicht zu sehr in diesen Dingen zu verlieren. Ein wichtiger Punkt für die russische Geschichte im Unterschied zur europäischen Geschichte ist sicher die Leibeigenschaft, die Mitte des 17. Jahrhunderts auch gesetzlich festgeschrieben worden war. Bis dahin war das sozusagen ein tradiertes Recht, was jeder handhaben konnte, wie er wollte. Und die alte Frage ist ja, Bauer an die Scholle gebunden, kann ich also beides verkaufen, kann ich den Bauern auch einzeln verkaufen? Das waren so die Streitpunkte. Und seit 1649 bis 1861 gab es diese Leibeigenschaft, die eben nicht nur die Mobilität der Bevölkerung stark eingeschränkt hat, sondern natürlich auch verhinderte, dass ich eine Mobilität im horizontalen Sinne ausbilden konnte. Also hier die Trennung zwischen der adeligen Oberschicht, den, ob es jetzt die Bojaren oder den Dienstadel betrifft, was nochmal ein anderes Thema wäre, diese riesige leibeigene Bevölkerung, den relativ schwach ausgeprägten Kaufmannsstand, Russland, der zeitweise eben vor allen Dingen auch von hanseatischen Leuten, also von der deutschen Hanse bestimmt wurde, lässt Russland im Grunde eine andere Entwicklung nehmen, als das für Europa der Fall ist, speziell auch für Deutschland. Das 17. Jahrhundert und auch noch das 18. Jahrhundert sind dann von verschiedenen Eroberungen geprägt. Russland wird also immer größer, ob es dann eben Kleinrussland und Neurussland ist. Der Kampf mit dem Osmanischen Reich führt dazu, dass man sich weiter in den Süden ausdehnt, dass die Krim russisch wird. Und seit Anfang des 18. Jahrhunderts eben auch, dass Russland als europäische Großmacht wahrgenommen wird, die durch Peter I. eben auch starke Kontakte geknüpft hatte an andere Fürstenhöfe, die jetzt eben auch wahrgenommen wird als solche Großmacht und hinzugezogen wird bei diplomatischen Verhandlungen und Ähnlichem. Und seit diesem 18. Jahrhundert, seit also dieser europäische Weg eingeschlagen wurde, gibt es in Russland auch diesen Widerspruch zwischen den sogenannten Westlern, die also sich Richtung Westen orientieren, Liberalismus, Aufklärung und ähnliche Dinge und zwischen traditionellen Strömungen, ob das jetzt Slavophile sind, die etwas später kommen, oder eben andere Art von traditionalistischen Strömungen, die im Grunde sagen, wir haben unsere eigene Art zu leben und die wollen wir erhalten und uns nicht zu sehr auf den Westen konzentrieren. Und Ende des 18. Jahrhunderts, bei der dritten polnischen Teilung, also Sie wissen, der polnische Staat ist im Laufe des 18. Jahrhunderts dreimal geteilt worden, zwischen Preußen, Österreich und Russland. Und bei der dritten polnischen Teilung im Jahre 1795 kommt es jetzt dazu, was für die deutsch-russische Geschichte wichtig ist, dass es auf einmal eine lange deutsch-russische Grenze gibt. Diese existiert in dieser Art und Weise und dieser Länge im Grunde nur bis 1807. Dann kommt Napoleon und wirbelt in Mitteleuropa alles durcheinander. Er schafft dann eben ein Herzogtum Warschau, was so eine Art Ersatzpolen gewesen ist, wo sich die deutsch-russische Grenze in den Jahren 1807 bis 1815 nur noch auf das Memelgebiet ganz im Norden beschränkt. Und nachdem Napoleon besiegt ist und der Wiener Kongress Europa neu geordnet hat, gibt es dann zwar wieder eine längere deutsch-russische Grenze, die aber zunächst streng genommen auch nur oben dieses kleine Gebiet, was heute Litauen ist, im Memel betrifft, weil der Wiener Kongress Kongress Polen deswegen so genannt eingerichtet hat. Und dieses Kongress Polen bildet also den Hauptteil der Grenze, liegt also zwischen Deutschland und Russland. Allerdings wird dieses Kongress Polen vom russischen Zar in einer Personalunion verwaltet und regiert und 1831 dann, nachdem dort polnische Aufstände versucht haben, das russische Joch abzuschütteln, wird also dieser Staat Kongress Polen auch formal annektiert. Im Anschluss, spätestens seit den 1860er Jahren, versucht Russland dann diesen Staat Polen auch in den russischen Staat von den Verwaltungsgrenzen her zu integrieren. Und zwar wird das jetzt nicht mehr Polen genannt, sondern Weichselland. Und dieses Weichselland wird jetzt neu gegliedert in neue Distrikte und Russland eingegliedert. Also in dieser Phase zwischen 1867 und 1915-16 gibt es jetzt theoretisch formal wieder eine lange deutsch-russische Grenze. Dann mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Ich komme darauf noch kurz zurück dann. Ich will hier bloß die Grenzfrage nochmal behandeln. Nachdem also der russische Einfall nach Ostpreußen 1915 abgeschlagen wurde und die deutschen Truppen weiter Richtung Osten vordringen, wird hier auf diesem Gebiet des ehemaligen Polen werden zwei Generalgouvernements eingerichtet, nämlich Warschau und Lublin. Und aus dem wird dann in der Endphase des Krieges durch Deutschland noch das Regentschaftsreich Polen gegründet, aus dem dann später die Zweite oder die Brünner, die Erste Republik Polen hervorgeht, die dann wiederum bei der vierten polnischen Teilung im Jahre 1939 aufgelöst wird. Und auch hier gibt es jetzt eben von 1939, Sie wissen alle, als der Krieg in Polen begann am 1. September, sind wenige Tage später von Osten die Sowjets nach Polen einmarschiert und Deutsche und Sowjets trafen sich dann auf der vorher vereinbarten Demarkationslinie. und so hat jeder seinen Teil bekommen und in dieser Phase gab es wieder auch keinen Polen. Also es ging zwischen Deutschland und Russland jedenfalls im 19. und bis Mitte des 20. Jahrhunderts immer darum, diese sogenannte Schütterzone oder den Teufelsgürtel, wie man in den 20er Jahren gesagt hat, also das, was zwischen Russland und Deutschland liegt, also die ganzen baltischen Staaten, Polen, aber auch Rumänien, Bulgarien, immer die Frage, wer herrscht hier, wer ist in der Lage, die Leidenschaften, die in diesen Staaten, seitdem der Nationalismus dort eben für Unabhängigkeitsbestrebungen und Ähnliches gesorgt hat, wer ist in der Lage, dort für Ordnung zu sorgen. Und Sie sehen auch, dass im Grunde die Weltkriege, sobald es den Osten betrifft, immer in dieser Schütterzone entstanden sind. Das deutsch-russische Verhältnis war also, wenn man jetzt von heute ausgeht, in der Geschichte schon mal besser und aber auch schon mal schlechter. Was aber die Rechte hier in Deutschland heute vor die Frage stellt, wie hältst du es mit Russland? Götz Gubitschek hat es schon angedeutet, das ist zu einer Entscheidungsfrage geworden. Warum? Natürlich, weil sich unsere Bundesregierung in schon fast sklavischer Unterwerfung den Amerikanern angeschlossen hat und in der Frage, wie man sich im ukrainisch-russischen Krieg zu verhalten hat, eben eine ganz klare Entscheidung getroffen hat. Nämlich, wir brechen die Verbindung zu Russland ab, wir erheben Sanktionen und unterstützen bedingungslos die Ukraine. Dadurch ist natürlich jeder, der diese Regierung kritisiert und sich vielleicht auf die Seite der Russen schlägt, natürlich steht er im Ruch, ein Vaterlandsverräter zu sein, weil er halt der offiziellen Politik seiner Regierung widerspricht. Aber nichtsdestotrotz gibt es in der Rechten diese doch relativ große Spektrum zwischen Transatlantikern, die also sehr kritisch zu Russland stehen und ja auch allen Grund dazu haben, wenn wir heute daran denken, dass Nawalny offensichtlich heute, also kam jedenfalls heute die Meldung, dass Nawalny im russischen Gefängnis gestorben ist. Das sind natürlich Dinge, die einen das ganze Russische in etwas zweifelhafter Art und Weise erscheinen lässt. Dann haben wir noch die Position der strikten Neutralität, was natürlich für ein Land wie Deutschland in der Mitte Europas und mit dieser wichtigen Funktion immer einen Moment der Schwäche beinhaltet und sich, sobald es zur Entscheidungsfrage kommt, vermutlich nicht durchhalten lassen wird. Und dann eben auf dem anderen Extrem diese sehr russlandfreundlichen Vorstellungen, die schon dahin gehen, irgendwie Putin übernimm, du hier unsere Leute kriegen es nicht hin. Was alle diese Auffassung auf der Rechten vereint, dass man sich gerne dafür historische Belege holt. Also ganz ähnlich wie Putin, der eben hergeht, also warum ich die Ukraine haben will, hat die und die historischen Gründe. So versucht man das eben auf deutscher Seite. Klar, Bemerkung am Rande, wie, sagen wir mal, teuflisch das sein kann. Ich glaube, der mongolische Ministerpräsident oder so hat dann eine Karte publiziert, in dem er eben die Gebiete, die ihm, also als Nachfolger der goldenen Horde, der Mongolen zustünden, die er eben bis nach Schlesien reicht, mal veröffentlicht hat. Also solche historischen Herleitungen müssen schon ein bisschen plausibel sein und etwas mit der Wirklichkeit und der Gegenwart zu tun haben, um nicht vollends sinnlos zu sein. Aber diese Herleitungen haben natürlich auch viel mit Gefühlen zu tun. Nicht unbedingt immer nur mit Wissen und Schlussfolgerungen, sondern auch Gefühlen. Und deswegen gibt es so Signalwörter, die immer wieder auftreten. Das ist eben, bei den Freunden Russlands wird es dann Tauroggen sein. Ich komme noch darauf, was das ist. Also ein Ort heute in Litauen. Und andere, die das eher kritisch sehen, die werden dann vielleicht an Nemmersdorf 1944, also die erste Begegnung der Sowjets auf deutschem Boden, der Schlimmes erahnen ließ oder eben auch die Konferenz von Potsdam anführen, um zu zeigen, dass die Russen also vor allem an eines denken, nämlich an sich selbst. Was bei beiden immer wieder vorkommt, ist der Name Bismarck, der für die Beziehungen Deutschlands zu Russland eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Denn er musste sich in einer Zeit mit Russland einigen und auseinandersetzen, in der Russland in der Öffentlichkeit in der Deutschen äußerst umstritten war. Und wir wissen so, in der Mitte des 19. Jahrhunderts bis Ende des 19. Jahrhunderts hin, da wird die Presse und die öffentliche Meinung, die wird immer wichtiger und treibt natürlich, selbst in einem Staat wie Preußen, die politische Handelnden vor sich her. Und in dieser Phase hat eben Bismarck versucht, ruhig Blut zu bewahren. Bismarck hatte einen Vorteil, er kannte Russland, er war da mal in Petersburg am Hof als Botschafter und er sprach etwas Russisch und er war eben Pragmatiker und daher bemüht, Russland ruhig zu halten, auf seine Interessen zu achten und hat deswegen den Rückschersicherungsvertrag abgeschlossen. Natürlich nicht, um Russland einen Gefallen zu tun, sondern um eins zu verhindern, was später dann eben für uns so problematisch wurde, dass Russland mit Frankreich eine Verbindung eingeht und in dieser Verbindung war klar, würde immer Deutschland der Leidtragende sein. Und genauso ist es ja dann auch gekommen, als Bismarcks Nachfolger diese Politik des Ausgleichs mit Russland jetzt nicht willentlich, aber doch, würde man mal sagen, etwas nonchalant mit der Meinung waren, dass man das nicht unbedingt weiterführen muss. Aber in dieser Phase gab es eben auch reale Gründe, miteinander auszukommen. Da war zum einen, die schon erwähnte, deutsch-russische Grenze. Beide hatten starke polnische Minderheiten in ihren Staatsgebieten, die zu Aufständen neigten, wo man sich also auch gerne half, um die niederzuschlagen. Und als letzter Punkt ganz wesentlich, in Russland lebte eine riesige deutsche Minderheit, insbesondere die Baltendeutschen, die ja seit dem 18. Jahrhundert, also zwischen 1720 und 1795, unter russische Herrschaft gekommen waren. Und die in dem Ende des 19. Jahrhunderts in ihrer ethnisch-kulturellen Eigenheit bedroht waren, weil Russland anfing, durch den Nationalismus angestachelt, diesen als eine Art Ventil für die inneren Probleme zu nutzen und die Minderheiten zu russifizieren und zu drangsalieren. Das betraf nicht nur die Deutschen, auch die Juden, aber das ist in dieser Phase 1890 bis zum Ersten Weltkrieg also ein ganz, ganz starker innenpolitischer Impuls. Aber zurück zu Bismarck. An seinem 200. Geburtstag oder im Jahre seines 200. Geburtstags, also im Jahre 2015, gab es in Moskau, jedenfalls gibt es Fotos davon, Plakate zu sehen, die für ein patriotisches Geschichtsportal warben. Darauf war Bismarck in dieser typischen Lehnbach-Pose dargestellt, vor einer Landkarte und es stand da folgendes Zitat, was Bismarck zugeschrieben wurde. Zitat, man kann die Russen nicht besiegen, das haben wir bei Hunderter gelernt, aber man kann den Russen falsche Werte einbläuen, dann besiegen sie sich von selbst. Zitat Ende. Wie ist es jetzt um diesen Wahrheitsgehalt, dieses Zitats bestellt? Also zum einen hielt Bismarck es tatsächlich für unmöglich, eine Nation zu besiegen, also im Sinne davon, dass sie dann aufhören, eine Nation zu sein. Er hatte ja das Beispiel Polen vor sich. Die Polen existierten ja spätestens seit Ende des 18. Jahrhunderts nicht mehr als Nation und trotzdem blieb der nationale Gedanke wach. Aber es gibt für dieses Bismarck-Zitat keinen einzigen Beleg. Wir müssen mal davon ausgehen, dass es erfunden wurde. Und warum ist auch klar, hier soll mit der Autorität des Reichskanzlers also klargemacht werden, dass die falschen westlichen Werte nur Chaos stiften. Das ist ja nicht ganz falsch und rekurriert auf ein Erlebnis der Russen, was die ganze russische Geschichte im Grunde auf den Kopf gestellt hat, nämlich die Revolution von 1917. Und hier waren es ja gerade die westlichen Ideen des Liberalismus, Nationalismus und schließlich eben auch des Kommunismus, die das Land an den Rand der totalen Niederlage brachten, 1918. Und dafür sorgten, dass das Land von innen geschwächt wurde. Was die Autoren oder die Macher dieses Plakats dabei natürlich außen vor lassen, Russland war jetzt vor 1917 kein Idealstaat, sondern es hat schon einen Grund, warum Russland auf diese Art und Weise 1917, 1918 zusammenbrach und warum dann eben der Bürgerkrieg das Land für viele Jahre verheert hat. Der Hintergrund dieser ganzen Revolution, der hat eben sehr viel mit Deutschland zu tun. Und zwar, als die russische Februar-Revolution im Jahre 1917, also als der Zar abgesetzt wurde und eine bürgerliche Regierung die Geschäfte übernahm, hegte man in Deutschland große Hoffnung, was einen Separatfrieden mit Russland betrifft. Also man versuchte, diesen Zwei-Fronten-Krieg, den man seit drei Jahren führte, im Osten zu beenden. Nun war das blöde aber, dass die neue bürgerliche Regierung nicht daran dachte, mit Deutschland Frieden zu machen, sondern alles anders machen wollte als der Zar. Nur in der einen Sache nicht, den Krieg mit Deutschland weiterzuführen und zu den Verpflichtungen gegenüber den alliierten Verbündeten zu stehen. In diesem Moment nahm Deutschland Einfluss auf die Ereignisse, indem man sich eines Exzellenten in der Schweiz erinnerte, nämlich Lenin. Zudem hatte man schon 1914, 15, 16 lockere Kontakte geknüpft, einfach weil man dieses ganze Exzellenten-Milieu der Revolutionäre und Kommunisten ein bisschen im Auge behielt und jetzt auf eine alte Idee verfiel, zu sagen, was wäre denn, wenn wir diese russische Revolution nochmal radikalisieren, indem wir diesem Herrn Lenin erlauben, nach Russland zu kommen und dort die Revolution richtig zu machen und dann eben dafür zu sorgen, dass Russland nicht nur geschwächt wird, sondern aus dem Krieg ausscheidet. Und so kam es dann dazu, dass Lenin im April 1917 in einem verblombten Zug von der Schweiz durch Deutschland über Schweden nach Finnland und dann nach Petersburg geschafft wurde, mit Hilfe der Deutschen, die eben damit genau diesen Ziel erreichen wollten und auch erreicht haben. Der Rest ist ja bekannt, Lenin und die Bolschewisten übernahmen die Macht. Was dann folgte, war zum einen das Ende, also man hatte da so ein bisschen, es dauerte noch etwas, bis der Krieg, bis die Kriegshandlungen im Osten eingestellt wurden, weil man eben sich dann, als man an der Macht war, doch besann, dass es vielleicht etwas unehrenhaft ist, hier sofort die Waffen zu strecken, aber nachdem die Deutschen nochmal die Instrumente gezeigt hatten und entsprechend vorgerückt waren, ohne jeden Widerstand zu finden, einigte man sich dann auf diesen Friedensvertrag von Brest-Litovsk. Die nächsten Jahre bedeuteten dann für Russland Bürgerkrieg, der verheerende Ausmaße annahm, der zwischen den Bolschewisten auf der einen Seite und verschiedenen Fraktionen von weißen Generälen mit ihren Truppen auf der anderen Seite geführt wurde. Wen das interessiert, der sollte mal in Edwin Erich Dwingers zwischen weiß und rot reinschauen, der hat diesen russischen Bürgerkrieg auf Seiten der Kolchak-Armee, die von Sibirien aus versucht hat, die russische Mitte von den Bolschewisten zu befreien und teilweise auch von den Alliierten dabei unterstützt wurde, mitgemacht und er schildert die Sachen eben aus eigener Anschauung und das Buch ist insofern interessant, als etwas klar wird, warum eigentlich die Weißen keinen Erfolg hatten, mal abgesehen davon, dass sich die Bolschewisten im Laufe des Krieges eben besser organisierten, schlagkräftiger wurden, aber das Terrorregime, was der Bolschewismus sofort errichtet hat, hätte dazu führen müssen, dass man sagt, Mensch, beim Zahn war es auch nicht so schlecht, aber es gelang den Weißen nicht, Rückhalt im Volk zu gewinnen, einfach auch, weil man geistig noch nicht über die alte Ständegesellschaft mit ihren großen Ungerechtigkeiten hinweg war und auch nicht im Grunde populistisch genug, um das jetzt einfach hinten anzustellen und zu sagen, gut, wir versprechen das Gleiche wie die Bolschewisten, nur mit menschlichem Antlitz. Zwei Aspekte aus diesem Bürgerkrieg und dem Sieg des Bolschewismus sind für uns dann und für Deutschland interessant. Zum einen die Folge, Sie alle haben sicher schon mal von Ernst Neuthes kausalen Nexus gehört, hoch umstritten, der im Grunde darin besteht, zu sagen, für den Nationalsozialismus und die Judenverfolgung ist der Bolschewismus, die Kolakkenverfolgung im Grunde der Ausgangspunkt. Hätt es die nicht gegeben als Bild, als Bedrohung, als reale Bedrohung, hätte es das andere auch nicht gegeben. Und er hat eben, es ist ja nicht nur eine Folge, wenn dann, sondern auch eine zeitliche Folge. Das eine war eben früher als das andere und als zweiten Punkt hat Neuthes eben darauf verwiesen, dass ja die Ideologie, die hier zum Tragen kommt, der Kommunismus oder Bolschewismus eben auf russischer, dass das ja eine deutsche Idee, nämlich die Idee von Karl Marx gewesen ist. Das ist der zweite Punkt, der ja noch interessant ist, denn Marx und Engels hatten niemals damit gerechnet, dass ausgerechnet in Russland dem rückständigsten europäischen Land, soweit man eben von europäisch sprechen kann, dass ausgerechnet dort zum ersten Mal die proletarische Revolution erfolgreich sein würde. Noch 1860 wunderte sich Marx darüber, dass ausgerechnet an der Moskau Universität eine Vorlesung über seine Kritik der politischen Ökonomie gehalten wurde und dass es überhaupt in Russland unter den Intellektuellen so ein reges Interesse für sozialistische Theorie, dass es das gab, dieses Regelinteresse. Und 1872 erschien auch die erste Übersetzung des Kapitals überhaupt, ausgerechnet auf Russisch. 1872 wurde zwar sofort verboten, aber man sieht hier war ein starkes Interesse da. Womit hängt das zusammen? Es hängt natürlich einerseits mit der Rückständigkeit zusammen. Die kapitalistischen Verhältnisse, die Firmen oder Betriebe, Fabriken, die sich gründeten in Russland, das war alles noch wie Manchester-Kapitalismus der übelsten Art, große Verelendung, kaum Geld, die Leute haben teilweise in den Fabriken gewohnt und solche Dinge. Also so verelendet, wie man es hätte nach der Verelendungstheorie irgendwann für Europa erwartet. Im Europa aber Gegenteil, wurden die Verhältnisse der arbeitenden Bevölkerung immer besser. Der zweite Aspekt neben diesen Verelendungen war, dass man unterstellte in Russland, also sich selbst, dass man eine ganz besondere Nähe zu dem Kommunismus hat, schon von Natur aus, weil es dort eine sehr lange Tradition des Gemeineigentums gab. Das heißt, die russischen Dörfer waren, jedes Dorf hatte im Grunde eine Art Besitz, der immer wieder wechselte und verschieden genutzt wurde, der aber zumindest eine Zeit lang als Gemeineigentum, als mir betrachtet wurde. Und das soll eben die russische Seele oder den russischen Menschen ganz besonders dafür empfänglich gemacht haben, für solcherlei kommunistische Ideen. Interessanterweise ist dieses Gemeineigentum oder die Entdeckung dieses Gemeineigentums auch wieder eine deutsche Entdeckung, nämlich der Baron von Hacksthausen hat das im Mitte des 19. Jahrhunderts auf seinen Reisen durch die russische Provinz entdeckt und entsprechend auch Bücher darüber veröffentlicht, die auch Marx und Engels gelesen haben. Marx und Engels verstiegen sich zu der Aussage Zitat Zitat die russische Revolution das Signal zu einer Arbeiter Revolution im Westen wird, sodass beide einander ergänzen, dann kann das heutige russische Gemeineigentum zum Ausgangspunkt einer kommunistischen Entwicklung dienen. Zitat Ende. Also auch hier der Zusammenhang. Es mag zwar sein, dass in Russland die Revolution ausbricht, aber die kann nur erfolgreich sein und auf Dauer gestellt werden, wenn es gelingt, den sind die Verhältnisse ja eigentlich so, wie sie sein sollen, um Revolution zu machen. Und dementsprechend hat auch Lenin nochmal das Verhältnis von Deutschland und Russland zusammengefasst, indem er von zwei getrennten Hälften des Sozialismus sprach, die wie zwei Küken unter der Eierschale des Imperialismus die beide daran arbeiten, diese Eierschale zu zerbrechen. Und so ist lange bei den russischen Kommunisten, bei den Bolschewisten die Idee vorherrschend, wenn wir unsere Herrschaft sichern wollen hier, dann müssen wir dafür sorgen, dass auch in Westeuropa, speziell in Deutschland, die Revolution ausbricht. Und man ist erst Mitte der 20er Jahre von dieser fixen Idee abgekommen und hat dann gesagt, gut, offensichtlich gibt es da keinen Weg rein, also machen wir jetzt die Revolution im eigenen Land und bauen den Kommunismus in Russland auf. Die Deutsche, also ist auch Weltkrieg und diesen desolaten Zustand, in dem sich das Zahnreich befand, auch hier kaum eine Chance gegeben hätte, dass also die Handvoll Bolschewisten handstreichartig die Macht übernehmen. Wenn wir nochmal zurück zu dem Ersten Weltkrieg gehen, so ist ja bei uns in Deutschland das Phänomen, das Erste Weltkrieg hat eigentlich immer so dieses Gedanke, okay, Westfront, Stellungskrieg, Materialschlachten und ähnliches. Allerdings ja auch für Deutschland im Osten aus, als die Russen Mobilmachten, Generalmobilmachten und sich davon eben auch von einem deutschen Ultimatum nicht abhielen, halten lassen hatten, haben, fanden auch im Osten die ersten schwere Kämpfe statt und Ostpreußen als der östlichste Teil Deutschlands war der einzige Teil, der während des Krieges vom Feind besetzt war. Im Rahmen der Tannenberg Schlacht, der Schlacht an den Masurischen Seen und der Winterschlacht in Masuren, die dann im Februar 15 endete, gelang es, die ostpreußischen Gebiete zu befreien und die Erfahrung, die die Bevölkerung mit den Russen machten musste, sowieso sie nicht geflohen war, war verheerend. Sämtliche Städte, wo die Russen waren, waren abgebrannt. Man hat also noch während des Krieges ein Wiederaufbauprogramm aufgelegt, um die ostpreußischen Städte aufzubauen. Wenn Sie heute nach Ostpreußen fahren, sehen Sie in der Regel Städte, die zweimal zerstört wurden, also einmal im Ersten und im Zweiten Weltkrieg und manchmal finden Sie noch Erinnerungen daran an diese Wiederaufbauzeit, beispielsweise in Neidenburg die Kirche. Aber das nur am Rande. Diese Verheerungen und auch die Behandlung der deutschen Bevölkerung boten einen Vorgeschmack auf das, was dann 30 Jahre später, also 1944, folgen sollte und sorgten auch hier in Deutschland für ein Aufflamm antirussischer Gefühle. Sven Hedin, der berühmte Forschungsreisende, der sich im Kriegsgebiet aufhielt und darüber noch 1915 ein Buch veröffentlicht hat, schrieb dazu, Zitat, das Vorgehen der Kosaken und der übrigen russischen Truppen in Ostpreußen ist und bleibt ein unauslöschlicher Schandfleck in Russlands Kriegsgeschichte und ebenso ein Schandfleck auf dem Wappenschild der Christenheit im 20. Jahrhundert, Zitat Ende. Das Ende des Ersten Weltkriegs führte dann für Deutschland zu einer paradoxen Situation, während man im Westen kapitulieren musste, also musste im Sinne, man hätte militärisch schon noch durchhalten können, aber man war irgendwie moralisch bankrott und hat eben den Versprechungen Wilsons geglaubt, war der Krieg im Osten zumindest, was die Stellung betraf, gewonnen. Der Friedensvertrag von Bresten-Litovst war ja im März 1918 unterzeichnet worden. Deutsche Truppen beherrschten ein riesiges Gebiet und standen auf einer Linie zwischen Pleskau, Gomel und Rostov, also wenn Sie das von Nord nach Süd betrachten, also weit schon im ukrainischen russischen Territorium. Und hier hoffte man eben jetzt aufgrund dieses riesigen Territoriums, was man beherrschte, endlich eine alte Sehnsucht erfüllen zu können, nämlich Ordnungsmacht im Osten zu sein und die kleinen Völker, ob es jetzt die Esten oder die Letten oder die Polen oder wen auch immer, die eben vom russischen Joch zu befreien und denen natürlich unter deutscher Oberhoheit eine gewisse Autonomie zu gewähren. Diese Sehnsucht, die sich nicht erfüllen sollte, auch diese Stellung ging ja dann relativ rasch verloren, nachdem der Krieg im Westen eben endete. Diese Sehnsucht nimmt Bezug auf ein anderes Phänomen, das in Deutschland eine ebenso lange Tradition hat, nenne ich diese Ostsehnsucht, die Sehnsucht nach dem Osten als Himmelsrichtung, in der man den kulturell Unverdorbenen, den eigentlichen Menschen zu finden hoffte. Oder wenn man nicht gar aus dieser Ostrichtung die Erlösung erwartete. Ein Beispiel ist der Dichter Rainer Maria Rilke, der Anfang des 20. Jahrhunderts zweimal nach Russland fuhr und genau in dieser Erwartung hier den eigentlichen Menschen vorzufinden und der eine völlig idealisierte Vorstellung vom Russentum hatte, sodass ihm, als er später den russischen Dichter Maxim Gorkin traf, der im Exil lebte damals in Italien und eher einen Großbürgereindruck machte, sodass er also Gorki für keinen russischen Dichter hielt, sondern eben für einen Weltdichter oder sonst was. Aber er vermisste hier dieses Ursprüngliche, dieses Bauerntum. Und noch kurz vor seinem Tod, also da waren die Russlandreisen lange her, bekannte Rilke, dass ihn der Anblick der Pilger vor einer Kathedrale erschüttert habe. Zitat Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich ein unausdrückbares Gefühl, etwas wie Heimgefühl. Ich fühlte mit großer Kraft die Zugehörigkeit zu etwas. Mein Gott, zu etwas in der Welt. Zitat Ende. Etwas von dieser Erlösungshoffnung schwingt auch trotz aller Ereignisse, die seither geschehen waren, noch in dem Buch Europa und die Seele des Ostens von Walter Schubert mit aus dem Jahr 1938, in der die alte russische Vorstellung vom dritten Rom, also nach dem eigentlichen Rom und Konstantinopel, jetzt eben Moskau als drittes Rom und letztes Rom, der wieder aufgenommen wird, und der Ostkirche die Hoffnung angehängt wird, dass eben dort ein drittes, das johenäische Christentum beginnen würde. Dieses Buch ist von Ernst Jünger auch rezipiert worden, hat daraus zitiert und es ist insofern etwas typisch, weil dieser Walter Schubart keinerlei Illusionen über den Charakter des Bolschewismus hatte, er hat ihn selbst erlebt, er war nämlich, der Schubert stammt aus der Gegend hier, war Jurist und war mit einer, glaube, lettischen Jüdin verheiratet und ist dann 1942 im NKWD-Lager gestorben, also nicht von den Deutschen weggeholt worden, sondern von den Russen und trotz dieser Dinge, die seitdem geschehen waren, trotzdem sieht ja sozusagen Russland immer noch in dieser Tradition des Dritten Rom. Noch weitere Beispiele vielleicht, um mal zu verdeutlichen, wie groß diese Neigung in Deutschland gewesen ist, die Russen nicht nur zu idealisieren, sondern auch zu typisieren. Als der deutsche Philosoph Max Scheler während des Ersten Weltkriegs über die Nationalideen der großen Nationen sinierte, charakterisierte er die Russen als das freiwillige Opferlamm der Menschheit. Im Gegensatz zu den Franzosen, die die Welt mit ihren Idealen anführen wollen und im Gegensatz zu den Engländern, die sich natürlich selbst für das auserwählte Volk halten, hingen die Russen einer christlich-orthodoxen und slawischen Brüderlichkeitsidee an, die, so Scheler, allerdings äußerst aggressiv vorgehe. Und er fasst es in das Zitat und willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. Das also für die Russen. Und dieses Aggressive, was da zum Ausdruck kommt, das bezieht seine Plausibilität zweifellos aus den Belegen russischer Grausamkeit, der im letzten Jahr 1915 oder 14-15 in Ostpreußen erbracht worden waren und dieses Brüderlichkeitspathos bezieht sich ganz konkret auf eine Aussage von Dostoyevsky in seiner berühmten Puschkin-Rede, die übrigens auch Thomas Mann in den Betrachtung eines Unpolitischen rezipiert hat, wonach ein echter, ganzer Russe zu werden, bedeutet, ein Bruder aller Menschen, ein Allmensch zu werden. Und auch für Thomas Mann gehören Russland und Deutschland zusammen, Zitat, ihre Verständigung für jetzt, ihre Verbindung für die Zukunft ist seit dem Anfängen des Krieges der Wunsch und Traum meines Herzens, Zitat Ende. Und dafür spielt auch die russische Revolution gar keine Rolle, sondern es ist immer so, Russe bleibt Russe, ob jetzt die Bolschewisten herrschen oder nicht. Allerdings hat diese ganze Begeisterung für die Russen eben auch dazu geführt, dass man in Deutschland geneigt war, dem Bolschewismus zumindest in intellektuellen Kreisen für ein faszinierendes Phänomen zu halten, dass man keinerlei moralischen Bewertungen unterziehen müsse. Der russische Exzellent Fedor Stepun, der deutscher Herkunft war, hat darüber Anfang der 30er Jahre ein Buch geschrieben, das Gesicht der Revolution und des Antlitz Russlands, also er unterscheidet eben zwischen Gesicht und Antlitz, und hat dort zum einen fünf verschiedene Formen der deutschen Sowjetophilie unterschieden, die also einmal kleinbürgerlich nationalistisch, proletarisch, sozialistisch, ästhetisch, snobbistisch oder eben religiös motiviert gewesen sein könne. Und er schreibt, ich will das jetzt nicht komplett zitieren, nur diesen schönen Eingangssatz, weil er eben ja auch konkret erlebt hatte, was Bolschewismus heißt. Er schreibt 1932 meine ich, in bestimmten intellektuell überzüchteten Kreisen verspürte man leicht eine gewisse Dosis kommunoider Sowjetophilie und snobbistischer Freude eines feinnervigen Parkettpublikums am tragischen Hochgang des Lebens hinter der sicher trennenden Rampe. Im proletarischen eine durch marxistische Doktrinationsdoktrinalismus und sozialistische Sentimentalität bedingte Unfähigkeit, das bolschewistische Russland in seiner nackten Wirklichkeit zu sehen und im Zusammenhang damit ein festes Einstehen für den Kreml und so weiter und so fort und er fasst zusammen all diese Haltungen Stimmungen und Hoffnungen schufen die deutsche Mode für das bolschewistische Russland und damit vielfach die deutsche Unterstützung des Kommunismus gegen das russische Volk aber er konstatiert eben auch 1932 ist es mit dieser Begeisterung vorbei Bleiben wir noch mal ganz kurz bei der Rezeption des russischen Intellektueller bei den Deutschen da fällt einem natürlich noch also neben also zum einen natürlich Dostoevsky ein und seine Menschheitsliebe die ja auch wieder in diese Allmenschenideologie hineingeht dann aber natürlich der Nihilist Basarov aus Turgene Väter und Söhne und überhaupt der Nihilismus ist ja in Russland erstmals formuliert worden und dann aber von Nietzsche aufgenommen und von Nietzsche popularisiert worden immer mit dem Hintergrund dass der Nihilismus die letzte Phase ist durch die man muss bevor man eine neue Ordnung schaffen kann und ganz wichtig dafür ist natürlich das Werk von Dostoevsky das in Deutschland Epoche gemacht hat und das in einer Phase populär wird in der sich die deutsche Gesellschaft irgendwie selbst fremd wird also es ist die Zeit der Lebensreform Bewegung 1890 bis zum Ersten Weltkrieg und in dieser Zeit ediert Arthur Müller Möller Vandenbroek eine 22 bändige Dostoevsky Ausgabe diese roten Pipa Bände die damals überall zu finden waren Möller Vandenbroek der selber die Sachen nicht übersetzt hat ich glaube er konnte kein Russisch sondern die Sachen wurden übersetzt von Elisabeth Kerik und das wiederum war die Schwester von Lucy der Frau von Arthur Möller Vandenbroek aber Möller hat immer eine Blickrichtung immer Richtung Osten geblickt und hat dementsprechend auch die Entwicklung dort sehr genau wahrgenommen und er schrieb Anfang April 1918 nach Abschluss des Friedensvertrages von Brest-Litovsk Zitat als der Krieg ausbrach war der Osten ein Dogma es hieß Russland dieses Dogma musste zerschlagen werden um die Probleme freizumachen die Russland nicht lösen konnte Zitat Ende Jedoch sei Russland nicht zerschlagen worden sondern nur das dortige Westlertum das eigentliche Russland existiere weiter sodass also irgendwann wieder der russische Bauer zu seiner russischen Erde zurückzufinden würde Möller bezieht sich hier eben auf diesen merkwürdigen Doppelgesicht Russlands das eben zum einen diese ursprüngliche bäuerlich geprägte Einfalt und dann das Richtung Westen strebende Intellektuellentum das Oswald Spengler dann ja später in den Begriff der Pseudomorphose gefasst hat dass also eine eigentlich vorgesehene Entwicklung durch eine andere Entwicklung nämlich die Richtung Westen durch die Politik Peter des Großen der Russland ja Richtung Westen geöffnet hat überdeckt wurde und damit im Grunde der eigentliche Entwicklungszweck der russischen Geschichte verfehlt wurde Peter der Große ist nun derjenige der Russland erstmals auch in den Blick von deutschen Intellektuellen bringt also Anfang wir reden über Anfang des 18. Jahrhunderts es gab zwar immer wieder in der Geschichte auch einzelne Deutsche die auch schon im 16. 17. Jahrhundert in Russland unterwegs waren und davon berichtet haben aber zum Phänomen zu größeren Diskussionen kommt es erst danach es kam jetzt während dieser Phase eben nicht nur auch mehr Deutsche nach Russland also Peter warb ja sehr offensiv um deutsche Handwerker und Kaufleute sondern auch die Baltendeutschen gerieten unter russische Herrschaft das habe ich schon erwähnt zunächst die in Estland und später dann eben die auch in Lettland und Litauen dazu kamen ja dann später noch die deutschen Siedler unter Katharina der Großen und die Deutschen entwickelten sich in Russland zu einer ganz wesentlichen Minderheit die als eine privilegierte Minderheit betrachtet wurde also wir haben verschiedene Gruppen das sind zum einen die Baltendeutschen die sogenannten Moskau Deutschen das heißt vor allen Dingen Kaufleute und Wissenschaftler in den großen Städten und dann eben die deutschen Siedler und insbesondere die Baltendeutschen und die Moskau Deutschen die Städtedeutschen spielten im Militär im Staatsapparat im Handel in der Wissenschaft eine herausragende Rolle Rolle und wie immer wenn man so eine Rolle als Minderheit spielt führt das natürlich zu Argwohnen bei der Mehrheitsgesellschaft das heißt diese deutsche Sonderstellung wurde beargwöhnt und dass der Zar Anfang 1917 gehen musste und man Rasputin zum Beispiel umbrachte hat natürlich auch damit zu tun gehabt dass Rasputin als Berater der Zaren die ja Deutsche war eben als deutscher Einflussagent gesehen wurde und man endlich Schluss machen wollte mit dem Einfluss der Deutschen um endlich wirklich wieder als Russland Krieg zu führen Bemerkung am Rande noch man sieht insbesondere an den Baltendeutschen wie sinnlos diese Diskussion um ein Verbot oder was auch immer des ethnischen Volksbegriffs ist diese Baltendeutschen in der Regel der Adlige standen in russischen Diensten beispielsweise der Admiral Krusenstern der die erste russische Weltumsegelung gemacht hat war natürlich ein Deutscher der hätte auch nie was anderes behauptet dass er Deutscher ist aber er war russischer Staatsbürger das heißt wenn Sie die Absurdität dieser Diskussion mal nachvollziehen wollen dann lesen Sie sich mal ein bisschen die Geschichte des baltischen Adels ein und ich meine man muss dann nicht über Thomas Haldenmann lachen aber ich glaube der Moment dass es mit Bildung noch geholfen werden kann ist da eh vorbei kommen wir zur nächsten Phase und damit auch näher an die Gegenwart nach dem Krieg nach dem Ersten Weltkrieg den ja beide letztlich verloren hatten die Russen und die Deutschen die Russen weil sie bolschewistisch geworden war und die Westmächte versucht haben gegen den Bolschewismus zu intervenieren und die Deutschen weil sie den Versailler Vertrag unterschreiben mussten und damit eben zu Ausgestoßen wurden diese beiden Paria Völker fanden jetzt auf einmal zusammen die Russen stellten ihr Ansinnen die Deutsche Deutschland zu revolutionieren nach hinten an und die Deutschen ihre Vorbehalte gegen den Bolschewismus und man fand sich zusammen am Rande der Konferenz von Genua in Rapallo und schlossen 1922 einen relativ harmlosen Unterstützung und Handelsvertrag der aber im Grunde vor allen Dingen auch dazu führte dass man enger zusammenrückte dass man militärisch zusammenarbeitete dass also die Reichswehr eine Möglichkeit hatte außerhalb Deutschlands zu üben und für die Russen war natürlich ganz wichtig dass man zum einen Möglichkeiten hatte zu handeln und zum anderen aber auch dass die Gefahr abgewandt war dass Deutschland irgendwann wieder in den Kreis der westlichen Staaten die dem bolschewistischen Russland immer noch üblis wollten zurückkehren würde und sodass man wieder eine Einheitsfront gegenüber stünde also man hatte beide hatten ein klares Interesse und deswegen hat man sich ohne sich besonders lieb zu haben eben dort zusammen getan und in dieser Phase tritt ein Ereignis wieder in den Vordergrund nämlich Tauroggen diese kleine Stadt in Litauen gilt ja bis heute bei sagen wir mal vor allen Dingen russophilen Leuten als bleibendes Symbol deutsch-russischer Freundschaft denn damals im Dezember 1812 also über 100 Jahre vor Rapallo kam es dort in Tauroggen zur sogenannten Konvention von Tauroggen als die preußischen Truppen die von Napoleon gezwungen worden waren also in seiner Armee gezwungen worden waren weil Napoleon ja Preußen besiegt hatte und die russen jetzt also die napoleonischen Truppen aus Russland heraustrieben und dann im Baltikum ankamen versuchten die Russen also die Preußen zu überreden die Seiten zu wechseln jetzt einfach sozusagen mit den Russen zusammen gegen Napoleon gegen den damaligen bösen Feind zu kämpfen diese ganze Sache zog sich über einige Tage hin und am Ende hing alles an General York der als guter preußischer Offizier eben zunächst das Okay seines Königs haben wollte das bekam man nicht aus zwei Gründen zum einen war die Verbindung schlecht und zum anderen war Friedrich Wilhelm der Dritte als Einzauderer bekannt der also die Dinge eher mal zwei Tage liegen ließ er sich zu einer voreiligen Antwort hinreißen ließ und schließlich entschied sich also York selbst diese Konvention zu unterzeichnen und er legte damit mit dieser Innensubordination die erst bestraft werden sollte dann doch nicht wurde im Grunde den Grundstein für die deutsch-russische Zusammenarbeit die dann eben über die Völkerschlacht zum Sieg über Napoleon führte Interessant noch wer konkret an dieser Konvention beteiligt war auf deutscher Seite General York der erste Unterhändler der zu ihm kam von russischer Seite war wer Karl von Klausewitz auch ein deutscher an russischen Diensten und wer unterzeichnete die Sache auf russischer Seite kein Brussov oder Suchevich sondern ein General Dibitsch der in russischen Diensten stand aber aus schlesischen Adel kam also hier versammelten sich Deutsche an einem Tisch um über Russland und Preußen zu verhandeln diese Tauroggen Sache ist nicht nur wichtig wegen der deutsch-russischen Zusammenarbeit sondern eben auch deswegen weil ja hier der freie Entschluss eines Offiziers ohne Rückendeckung seines Königs eine große Rolle spielt und so muss man mit dem mit diesem Stichwort Tauroggen etwas vorsichtig sein was meint man damit wenn man von Tauroggen spricht wenn man sich darauf bezieht meint man wirklich deutsch-russische Freundschaft oder meint man nicht diesen Entschluss und wie merkwürdig diese diese Dinge sich gestalten können da gibt es ein Beispiel aus der von 1943 Januar 1943 als Stauffenberg bei General Feldmeister Mahnstein vorstellig wird und dort das Wort Tauroggen fällt ich lese mal kurz ein Zitat des damaligen Adjutanten von Mannstein vor Zitat dann hörte ich aus dem Zimmer des Feldmarschalls ein Wort das mich erstarren ließ Stauffenberg hatte es gesagt Tauroggen es folgte eine Pause dann kam Mannsteins Stimme in großer Erregung Tauroggen habe mit der augenblicklichen Lage nicht das geringste zu tun Stauffenberg möge sich mit solchen Gedanken gefälligst zurückhalten der aber parierte geschickt der Feldmarschall habe ihn offenbar missverstanden mit Tauroggen habe er nicht im entferntesten sagen wollen dass man einen Fühler zu den Russen ausstrecken solle im Gegenteil davon könne überhaupt keine Rede sein was was mit Tauroggen sagen wolle sei die Überlegung ob man nicht auf irgendeine Weise verendete Tatsachen schaffen solle und wörtlich also Stauffenberg auch Tauroggen barg höchste Loyalität und damit ist schon klar dass man sich entscheiden muss was ist darunter zu verstehen die einzigen das vielleicht an die Leute die das gerne im Munde führen die Tauroggen aktiv politisch eingesetzt haben das waren die ja man würde heute sagen Verräter des Nationalkomitees Freies Deutschland also Offiziere in russischer Kriegsgefangenschaft die von den Kommunisten umgedreht wurden und die gegen Deutschland agitiert haben die haben sich auf Tauroggen berufen aber gegen Ende des zweiten Weltkriegs wird ein anderes Ereignis der deutsch-russischen Geschichte nochmal interessant denn seit Stalingrad betonte man in Deutschland das sogenannte Heldentum der Beharrlichkeit und zwar bezog man sich dabei auf Friedrich den Großen auf seine Beharrlichkeit die eben dafür gesorgt hätte dass Friedrich der Große aus allen Kriegen eben am Ende als Sieger hervorgegangen sei nur dieser Tugend der Beharrlichkeit habe es Friedrich der Große zu verdanken gehabt dass ihm in der kritischen Phase des siebenjährigen Krieges das Mirakel des Hauses Brandenburg zuteil wurde mit mit diesem Wunder war der Tod der russischen Zaren Elisabeth am 5. Januar 1762 gemeint die zu den übelsten Friedrich-Hasserinnen gehörte und die abgelöst wurde durch Paul den dritten einen ausdrücklichen Bewunderer Friedrichs und der auch sofort dazu überging die Waffen ruhen zu lassen Waffen Stillstandsverhandlungen und schließlich einen Friedensvertrag abzuschließen Daraufhin konnte Friedrich so den Rücken frei mit den Österreichern abrechnen Auf einen ähnlichen Befreiungsschlag das wissen wir hoffte Hitler am Ende des Krieges nämlich auf den Tod von Roosevelt vergeblich allerdings wurde die Formel des Mirakel des Hauses Brandenburg zum ersten Mal 1759 benutzt allerdings auch im Zusammenhang mit den Russen die hatten nämlich versäumt nach dem Sieg von Kunersdorf also als Friedrich geschlagen war nachzusetzen und hatten Friedrich in diesem Moment ebenfalls gerettet weil sie nicht nachsetzten und als sie dann später nachgesetzt haben und auch Berlin besetzten 1760 war das alles nicht mehr ganz so schlimm weil Friedrich in der Lage war sich zu konsolidieren es gab aber auch damals Blünderungen Vergewaltigungen Brandschatzungen das gehört irgendwie zum guten Ton der russischen Ausflüge Richtung Westen und es war natürlich auch 1944 nicht anders als die Sowjets mit Ostpreußen deutsches Gebiet erreichten Nämlich dort wurde eine nie dagewesene Orgie der Zerstörung und Gewalt entfesselt die man vielleicht wenn es interessiert ganz gut nachlesen kann in den Tagebuch des Grafen Lehndorf der Graf Lehndorf kommt aus der großen ostpreußischen Adelsfamilie und arbeitete als Arzt in Königsberg und hat eben nicht nur den Endkampf um Königsberg erlebt den Einzug der Russen und dann eben später auch die Herrschaft der Russen und die noch dann teilweise noch schlimmere Herrschaft der Polen die dann eben anfing bei aller bei allem Entsetzen über die unmenschlichen Schlechtereien und Vergewaltigung und was auch immer der Russen oder Sowjets war doch immer noch bemüht also hier der Graf Lehndorf zu unterscheiden zwischen Bolschewismus und Russland Zitat das alles also dieses ganze Elend hat nichts mit Russland zu tun nichts mit einem bestimmten Volk oder einer Rasse das ist der Mensch ohne Gott die Fratze des Menschen Zitat Ende Tja dementsprechend ging es dann weiter als die Sowjets auf deutsches Gebiet vormarschierten dann letztlich ja siegten und hier zum einen eben in der Konferenz von Potsdam die Westverschiebung Polens ja ins Leben riefen einfach um ihre 1939 erreichte Linie also den Ostteil Polens und auch das Baltikum behalten zu können war man eben übereinbekommen gut dann nehmen wir halt den Deutschen ihre Ostgebiete und das sind dann sozusagen die neuen polnischen Westgebiete und damit Ruhe damit einher gegen die Vertreibung von Millionen Deutschen die gründlich und auch äußerst brutal erfolgte und auf dem Gebiet der was sowjetische Besatzungszone war also der späteren DDR ging man relativ schnell dazu über was heißt relativ schnell sofort dazu über das Terrorregime das stalinistische Terrorregime das in Russland herrschte eben auch hier aufzubauen und man hat dort in den ja in der DDR oder der SPZ dann eben diese sogenannten Speziallager errichtet teilweise eben die KZs Konzentrationslager einfach weiter genutzt zum Beispiel in Sachsenhausen das ist ja recht bekannt und hat dort eben von also jeden den man in irgendeiner Art und Weise verdächtig hielt ohne Anklage ohne Ermittlung ohne alles eingesperrt und bekannteste eins der bekanntesten Opfer ist sicher der Vater von Götz-George Heinrich-George der in Sachsenhausen inhaftiert war und dort auch gestorben ist nämlich die die Todesrate war immens also mehr als ein Drittel der Inhaftierten ist in diesen Lagern gestorben und ein ganz ganz großer Teil waren eben Jungen zwischen 16 und 18 oder 15 und 18 die dieser Werwolf-Hysterie der Russen zum Opfer fielen die man also irgendwie verdächtigte als Werwolf unterwegs zu sein die Russen oder die Sowjets wie man man nannte sie dann trotzdem immer noch Russen blieben halt hier bis 1989 sie schlugen 1953 den Aufstand vom 17. Juni nieder und sorgten dafür für eine Stabilisierung der Herrschaft in der DDR diese ganze Sache wird aber in den hiesigen Gebieten doch davon überlagert dass man den Russen doch vielen Dank dankbar ist dass sie eben 1994 abgezogen sind im Gegensatz zu den Amerikanern die ja bis heute in Deutschland sind haben die Russen mit ihrem Abzug dafür gesorgt dass die deutsche Teilwiedervereinigung zumindest passieren konnte und wir dürfen nicht vergessen dass damals Ende der 80er Jahre noch über eine halbe Million Sowjetsoldaten in der DDR stationiert waren die also riesige Ländereien für Übungsräume und Kasernen und so weiter unter Beschlag hielten in Westdeutschland war das mit den Sowjets ein bisschen anders da waren im Grunde die einzigen die da eine gewisse Liebe dafür hegten die sogenannten Neutralisten oder Nationalpazifisten wie sie auch bezeichnet wurden die alle Hoffnungen auf eine Wiedervereinigung auf die Sowjets oder die Russen setzten die sich insbesondere an der Stalin-Note von 1952 festmachte das heißt wenn wir die amerikanische Herrschaft abschütteln die Sowjets die werden uns schon eine Wiedervereinigung in Freiheit zulassen was natürlich Unsinn war ich komme zum Schluss warum gibt es hier immer noch ein relativ entspanntes Verhältnis zu Russland obwohl hier in der ehemaligen DDR doch die russische Knute viele Jahre lang doch recht deutlich zu spüren war für die Sowjets war die deutsche Schuld von einzelnen Ausnahmen abgesehen mit der Übernahme des kommunistischen Systems erledigt wer dann eben schuldig war der war im Gefängnis oder in den Westen gegangen oder halt noch in Kriegsgefangenschaft musste eben noch umerzogen werden zwar blieb der Deutsche als Feindbild erhalten also in der sowjetischen Folklore über den Zweiten Weltkrieg ist natürlich der Deutsche immer noch der mit der Fratze aber das betrifft die Vergangenheit und so blieb auch die Umerziehung der Deutschen hier in diesem Bereich an der Oberfläche der Mangel des neuen Systems war zu offensichtlich und es war eben auch zu offensichtlich dass die Durchdringung der Gesellschaft mit der sowjetischen oder bolschewistischen Ideologie auch nie richtig gelingen konnte einfach weil dieser Wohlfühl Faktor fehlte den man im Westen eben hat und das erklärt warum im Osten eben trotz der unmittelbaren Erfahrung der sowjetischen Besatzung immer noch geneigt ist zwischen den Russen und ihren jeweiligen Herrschern zu unterscheiden denn der Glaube dass ein ganzes Volk verdorben sein kann den haben selbst die Sowjets nicht gepredigt die Amerikaner hingegen schon vielen Dank und verabschieden und Vielen Dank.